Ich präsentiere. Ich präsentiere. Ich präsentiere. Ich präsentiere den Flint-Logwood-Abstimmomat. Oder Ella. Kapiert? Ella. Wie der Name. Na egal. Ella hat alle Daten ausgewertet und sie sagt, um diese Wahl zu gewinnen, musst du lächeln. Okay. Zeigen Sie uns Ihr Siegerlächeln, Mr. Logwood. Hat er... Hat er schon anders an den Film? Das ist schwer zu sagen. Ich präsentiere den Flint-Logwood-Kortex-Modifizierer. Kurz flicken. Er kehrt die Größe des Schamzentrums deines Gehirns automatisch um. Hast du ein großes Schamzentrum, wird es ganz klein. Und auch umgekehrt. Hey, ich will den Partyhut aufsetzen. Das wäre dir furchtbar peinlich. Als ob mir hier irgendwas peinlich gewesen wäre. Ich glaube... Was ist passiert? Woher kommen die Flecken? Warum steckt Wurst in meinen Haaren? Eine Winde? Wieso trage ich eine Winde? Und wieso ist... Was ist... Das ist in ihr drin. Schaut mich nicht an. Das ist so peinlich. Ich präsentiere die Flint-Logwood-Wackpulvertorte. Das ist Wissenschaft für den Monarch. Widerwärtig. Der Flint-Logwood-Partytron 6000. Stark. Partytron, würdest du dich vorstellen? Ich bin Partytron. Partytron? Zeig Sam doch mal, wie du Seifenblasen bläst. Das wird ein Knaller. Ich muss ihn wohl noch ein klein wenig nachjustieren. Ein klein wenig. Flint-Logwood! Du weißt doch genau, wie die Regel zur Verwandlung in mythische Wesen im Schulflur lautet. Äh, ich... äh... Ich soll... äh... soll das lassen? Du sagst es! Kein Problem. Mit dem Flint-Logwood-Hologramm-Projektor kurz Flip kann ich jeden aussehen lassen, wie ich will. Den Hummermann. Wie mein Dad als Fisch. Andere Figuren aus der Serie. Wollen Sie auch mal? Nur die Narren müssen sich verkleiden. Fast fertig, Steve. Wir müssen nur noch entscheiden, welche Farben rein sollen. Wie wäre es mit lila, blau, grün. Banane, Banan-Gelb? Klar, warum nicht? Und noch etwas Glitzerstaub für schillernde Farbkraft. Ich präsentiere die Flint-Logwood-Spektakuläre-Spektralbrille. Oder Fisch-Pisch-Pisch-Bö.